Einen wunderschönen guten Tag hier vom Seetag auf Aida Cosma. Wir dümpeln hier vor uns her. Wir segeln mit, was waren denn, acht Knoten, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Aber das ist ja auch Ententeich, ne, heute. Fred hat schon heute Morgen eine Schildkröte gesehen. Ja, das stimmt. Ich hoffe, das habe ich dir auch auf Kamera mal gut drauf. Aber ich glaube, ganz kurz. Da war genau der richtige Moment, ne? Und wir hatten wieder hier die richtige Seite mit Sonne. Also wenn ihr von Italien nach Spanien fahrt, dann nehmt die Backbordseite, ne? Richtig, ja. Können wir euch da echt empfehlen. Dann habt ihr da, zumindest im Juni, habt ihr da die Sonnenseite. Oder ihr fahrt mit uns, dann habt ihr auch die Sonnenseite. Dann habt ihr eh die Sonne, ne? Ja. Und bucht über uns, dann ist immer die Sonne. Richtig. Im Herzen zumindest. Im Herzen. Ja, was haben wir heute so gemacht am Seetag? Haben wir... Wir waschen. Gewaschen haben wir. Waren viele Leute, die gewaschen haben. Ja. Kostet ja auch nur einen Euro, ne? Ja, ist irgendwie günstiger geworden. Kostet einen Euro für Waschen, einen Euro für Trocknen. Finden wir super. Ja. Ist ja mit Waschmittel dabei. Also... Oh Mann, auch nicht mehr. Preis-Leistung, tip-top. Ja, ist günstiger als Zuhause, habe ich gesagt. Und was hast du dann noch gemacht? Du hast den nach dem Frühstück, wir hatten natürlich wieder lecker Frühstücken. Heute konnten wir wieder draußen sitzen. Ja, es war schon richtig warm. Mhm. Weil halt auch nicht viel Wind geht, ne? Ja. Dann hast du den Kabinenrundgang gedreht, ne? Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, hier ist ein Reminder. Reinschauen. Schaut nochmal rein. Ja, unbedingt angucken. Ja. Also tip-top, ne? Auf jeden Fall. Kabine. Vielleicht. Ich habe Fritz ja auch ein paar negative Punkte genannt. Als Seeturm-Rundgang. Guck mal rein. Ja, und jetzt haben wir die Koffer schon mal größtenteils gepackt. Bei uns geht es ja nicht mit dem Flieger zurück, sondern wir haben mit dem Auto. Das heißt, wir haben wieder ein paar Zwischenstops dann ab morgen. Und ja, da muss man natürlich ein bisschen umverteilen, wenn ich die großen Koffer nicht dann die ganze Zeit aus dem Auto holen muss oder aufmachen muss. Das haben wir gut gehindelt, ne? Wir haben ja schon ganz unten drin noch dreckige Wäsche, die wir nicht dabei hatten. Aber falls ihr beim Packen Hilfe braucht, ne? Wir haben ja die Sommerpackliste. Könnt ihr euch auch runterladen. Ja. Also denkt da dran. Kostenfrei. Ja, kostenfrei. Das könnt ihr dann eintragen, weil Packen, da dreht Fritz immer durch. Richtig. Besonders beim Auto, ne? Ja. Wird noch spaßig morgen. Aber gut, soweit denkt man noch nicht. Ach, das wird gut. Wir gehen jetzt erst mal was essen. Wir genießen nur den Seetag hier. Genau. Das ist heute echt sehr angenehm, entspannt. Es war diesig. Es war diesig, aber die Sonne knallt durch. Und Kind ist so ruhig. Da unten ist Ententeich. Und Früder ist so ruhig. Also wissen wir noch nicht, dass es wieder angestellt hat. Hat sich da vergnügt. Ja, ja. Das ist gut. Das ist immer verdächtig, ne? Das ist ruhig. Kinder bestimmt. Ja, wir gehen jetzt mal, wie gesagt, was essen. Frieda hat auch was zu essen. Er hat eben mal geschlafen. Und dann werden wir jetzt mal schauen, was war hier noch mal. Wo wir hingehen, ne? Genau. Vielleicht nur so eine Zitronentacht. Oh, die Mutter will ins Fransche Kies. Gucken, ob es auf hat. Vielleicht. Könnten wir in AIDA heute gucken. Ich habe heute eine geholt. Ja. Aber nochmal. Aber guckt da mal ins Kabinenvideo, was das Thema betrifft. Oder bleibt dran fürs Fazit später. Und da werden wir auch darüber berichten. Also in diesem Sinne. Tschüss. Bis später. Ciao, ciao. Ja, fritter am Weg zu unserem absoluten Lieblingsort. Nicht im Fahrstuhl. Das ist hier eine Tochtur. Fritte hat den Plan. Sie geht jetzt nämlich erstmal hier was für Frieda zu essen holen. Ich passe auf Frieda auf. Hier im Babybistro. Nee, das wollen wir nicht. Jetzt gucken wir mal, ob Fritte es schafft, ihre Zitronentart zu essen. Jetzt. Ich muss jetzt hier erstmal rausfinden. Ohne sich voll zu kleckern. 18. Abendessen. Das ist jetzt nicht auf Best Burger. Da haben wir nämlich jetzt das Problem mit der AIDA heute. Da kriegst du aber was. Ja, aber ich finde das Herz. Nee, das will ich erst zum Nachtisch. Ja. Das heißt, willst du Besten? Komm, wir gehen mal. Dann gehen wir in den Best Burger. Ja, komm. Dann kannst du wieder ein paar Fritten. Gucken, ob wir da noch im Juten Platz finden. Das ist aber komisch. Etwas komisch, ja. Hier ist Warte. Das ist wahrscheinlich die Wartehalle. Nee. Das ist hier mit Warten. Nee, das wollen wir ja nicht, ne? Dann gehen wir woanders hin. Gar keinen Fall. So, noch ein Fehl des Tages. Läuft bei uns, ne? Da hätten wir jetzt Warten. Also, ein Nimmerchen ziehen. Hier auf Zulastungsstelle. Also, das finde ich aber jetzt mal, können wir ja auch mal sagen, wir haben gerade Seetag. Und ihr seht gerade, Ocean ist nicht offen, French Kiss ist nicht offen mittags. Also, das finde ich schon schwach. Schon sehr wenig dann was aufhört. Ja. Also, wenn du das an einem Hafentag machst, okay. Aber das finde ich jetzt schon gerade French Kiss. Ja. Und das Schiff ist voll. Ja. Ja, wir versuchen mal unser Glück im Brauhaus. Sonst gehen wir Brot und Stulle. Das ist immer unsere Notfalllösung. Oder Fuego. Oder Fuego. So, ihr seid live dabei. Ob es jetzt geklappt hat. Aufzug läuft, ne? Aufzug hat die Richtlinien wechselt. Das heißt, das war das Zeichen. Ist das überhaupt auf? Ne. Ne. Und es ist... Auch nicht. Ich glaube das nicht. Das ist jetzt zum Abendessen. Dann gehen wir wohl ins... Markt ist wahrscheinlich auch nicht offen. Ich gehe jetzt mal an so einen Monitor. Wir gucken jetzt an den Monitor. Läuft's ja. Dann fritt er euch halt auch nochmal ein kleines... So. East, 14. Fuego, 13 bis 20, Yachtclub. Der war doch nicht offen. Achso, ist er auch schon ein Viertel nach drei. Okay. Auch nicht. West Burger hat er auf. Sonst nur das Fuego und das war's. Äh. Äh. Das finde ich aber echt schwach. Was ist hier los auf diesem Schiff? Halt's anreisen wir morgen ab. Äh. Toffi Müller. Ja, der hat einiges mitgebracht. Einiges an lautischen Informationen zu unserem wunderschönvollen Schiff. Und natürlich... Ja, herzlichen Dank und schönen Nachmittag auch nochmal von mir hier im Theater und von Aida Kosma. Ich freue mich, dass Sie da sind, weil Sie im fantastischen Wetter draußen trotzdem den Weg hier ins Theater gefunden haben. Und ich hoffe natürlich nicht nur wegen Kaffee und Kuchen, sondern weil Sie eventuell eher die eine oder andere Frage haben. Wie schon kurz erklärt, ich habe eine ganz kleine Präsentation mitgebracht. Keine Angst, es ist tatsächlich nur eine einzige Slide, eine Seite, die ich Ihnen dann noch kurz zeigen werde mit so ein paar wichtigen Daten zu Aida Kosma oder auch ein gebrauchtes Auto kaufen. Möchten Sie auch eine Probefahrt machen, sehen Sie das. Da ist Fritte. Wir sind ready für den letzten Abend. Wo gehen wir hin? Wahrscheinlich Marke. Marke, oder Markt. Viertel vor acht, zweite Essenszeit ab acht, gucken, letztes Mal hatten wir Glück, da hat Deutschland gespielt. Sonst müssen wir wieder Hopping machen am letzten Abend. Waren wir auch mal gerne, schauen wir mal. Irgendwo werden wir schon was finden, so viel Hunger habe ich auch gar nicht. Komm, wir gehen mal hier kurz. Mal kurz zur Show. Wir nehmen heute alles mit. Heute alles. Oh, da kann man ja gar nichts mit anfangen. Ich bin bereit dafür. Da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Ist schon neblig. Ich bin schon total benebelt. Ich bin hier nur hinterher getackelt. Wie jetzt. Was ihr noch nicht gesehen habt, guckt doch mal rein. Erkennt euch auch so gut aus wie Fritte. Wenn ihr die ganze Show gucken wollt, bucht euch einen Termin bei uns ein, dann buchen euch eine Reise. Soll gut sein, die Show. So ähnlich. Hier kannst du ein Foto mit der Jerez machen. Nee, kannst du einfach die Seite aufmachen. Sunset. Sunset-Shooting mit Delfinen und Schildkröten. Die haben nämlich heute mal gesehen, hat nur das Handy nicht parat. Wir gehen jetzt mal hinten zum Markt. Gucken wir mal, was wir da so finden. Hier haben wir noch Teppanyaki. Das haben wir auf der Nova gemacht. Guckt dann nochmal an unsere Vlogs rein. Vom Mai 22. Die Show war gut. Die Show war lustig. Essen war auch gut. Absolut. Da gehen wir durchs East, da gehen wir auch gerne essen. Auf dieser Reise nur einmal. Oh, wow, wow. Für uns wahrscheinlich nicht. Ja, muss Fritte nur ein bisschen manipulieren. So, also, jetzt müssen wir noch gleich einen runter und dann gehen wir zum Markt. Gucken wir mal, was da los ist. Bis gleich. So, Fritte, Butter bei den Fischen. Ja, ich bin ja Fisch, ne? Ja. Wie war das hier im Markt-Restaurant? War super. Bis auf, die Mousse war leer. Ah, aber das Schnapsi-Taxi kam, ne? Ja. Das hatten wir schon seit drei Jahren nicht mehr, ne? Ja. Drei Jahre. Und jetzt kam es vorbei. Ja. Ja. Wir haben auch was genommen. Ich hatte einen kleinen Averna. Komm, wir gehen hier, wo wir vorhin kamen, gehen wir wieder hoch. Ja, wir gehen jetzt mal nach irgendwo hin. Wir wissen noch nicht wohin. Aber ich folge Fritte jetzt mal wieder, weil wie hat er die Ahnung? Wie hat er Ahnung? Du hast auch Ahnung. Bis gleich. Ich hab keine Ahnung. Bis gleich. Was hast du gemacht jetzt? Ich war jetzt nur im Theatrium. Ja. Jetzt sehe ich hier noch ein letztes Getränk, vielleicht trinken. Was hast du am Theatrium gemacht? Da haben wir ein sehr nettes Gespräch wieder geführt, ne? Ja. Also, wenn die Gespräche so nett sind, dann immer gerne. Wir gehen jetzt mal zur La Naiba. Also, wir versuchen es mal, ne? Fritte ist am moderieren, die hat das Mikro in der Hand. Ich brauch hier... Du wolltest mir doch immer diesen Stab andrehen. Ja, hol dich noch mal. Ich warte, ich warte ja immer noch drauf. Dann mach ich das auch. Ja, das wird vor. Ja. Ja, diejenige hat durch den Yachtclub, der hat natürlich schon zu. Hier wird schon alles aufgefüllt für... Für das Frühstück, ne? Frühstückmorgen, ne? Aber wir sind ja morgen noch mal schön, da freue ich mich auch drauf. Schön noch mal Chudasqueria-Frühstück. Ja, das war echt gut. Da sitzen wir bestimmt noch mal draußen, oder? Hoffentlich. Ui, hier ist Slippery. Ja, ich hab die Schuhe, wie die ich in hier Cinque Terre anhatte. Die sind wieder trocken. Hör mal, nach drei Tagen... Hör mal, hör mal. Boah. Ja. Vorsicht, Glatteis. So, wir gehen jetzt hier mal auf wieder sichereren Boden, ne? Genau. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.